ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wir haben so knapp gewonnen, Alter! Ich denke mal eher so, die Frage ist doch, was ist Gewinnen im Leben? Also das ist sowieso so grundsätzlich, also insofern würde ich sagen... Aber ich gewinne gerne! Tut mir mal ganz kurz! Nein, wir haben alle gewonnen. Das war ja so das Gemeinschaftsding irgendwie und so. Und da gibt es keine Gewinner und Verlierer. Ich bin persönlich. Ich bin persönlich. Ich bin persönlich. Vielen Dank.